Eine schöne Schlagzeile, die ihr kennen solltet. Die Emissionen in Deutschland sind im letzten Jahr schneller gesunken als in den letzten 30 Jahren. Und ein Grund dahinter ist, das klingt absurd, Klimapolitik. Man kann ganz schnell auf den Gedanken kommen, dass Klimapolitik ja irgendwie dann doch irgendwie rumreden ist und überhaupt und Leute wollen irgendwas vorschreiben und am Ende bringt es auch ohnehin alles nichts. Und jetzt sieht man einmal ganz deutsch, schwarz und weiß, Klimapolitik, wenn sie gut gemacht wird, die kann schon funktionieren. Ja, wenn es im Spiegel schwarz auf weiß steht, dann ist es quasi erwiesen. Leider vergisst Frau Neubauer immer wieder zu erwähnen, dass das alles sehr viel damit zu tun hat, dass die Wirtschaft abwandert in andere Länder und dort ihr CO2 ausstößt. Aber sie hat die Nägel schön.